Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser erschütternde Unfall soll Sie daran erinnern, dass im Bundesgebiet in einem Jahr über 12.000 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet wurden. Bedenken Sie, über 12.000! Allein durch falsches Überholen werden ein Fünftel aller Unfälle verursacht. Die Überholunfälle sind aber nicht nur die häufigsten, sie sind auch die schwersten. Verkehrsunfälle sind zu 90% Fehler unseres Verhaltens und daher vermeidbar. An Ihnen liegt es, ob sich diese riesige Zahl der Unfälle verringert. Was, so frage ich Sie, was kann das Risiko eines Unfalles rechtfertigen, wenn Sie blindlings und auf gut Glück überholen? Doch nicht etwa, weil Sie es eilig haben oder weil Sie glauben, es wird schon keiner entgegenkommen. Allein schon der Versuch, an einer unübersichtlichen Stelle überholen zu wollen, ist sträflicher Leichtsinn. Weil ich weiß, dass mir an einer unübersichtlichen Strecke ein Fahrzeug entgegenkommen kann, bleibe ich auf der äußersten rechten Seite der Fahrbahn. Ein Überholen wäre ja Selbstmord. Drum zeitlusten, zeitlusten, nur nicht so geil.